Neckar Captain weiter in Not. Der Betreiber der Stuttgarter Schiffsflotte Wolfgang Tee muss nun noch ein weiteres Schiff verkaufen. Grund dafür soll das noch immer schlecht laufende Geschäft sein. Bereits Anfang des Jahres musste sich der Kapitän von einem seiner vier Schiffe trennen und drei Besatzungsmitglieder entlassen. Nun könnte es auch noch die Wilhelma oder die Liberty treffen. Sollte es zu dem Verkauf kommen, müssen nochmals fünf Angestellte die Schiffsflotte verlassen.